Do it! Man müsste auch mal irgendwann wieder Quests erledigen. Wir reisen halt seit gefühlt 80.000 Folgen. Will ich mal, was es für eine lange Reise war, um erstmal hier hinzukommen? Warte mal, da geht es irgendwie hoch. Wir sind wirklich fast durchgängig straight am laufen, ey. Wetter doch. Ne, gar nix. Oh. Ne. Da hinten ist ein Lagerfeuer oder irgendwas? Wir sind nur direkt runtergesprungen. Ich muss da hin. Und überlegst du auch, wie viel Ausdauer und wie viel Lebensbalken wir jetzt schon haben. Ich will gar nicht wissen, was du für einen riesen Ausdauerbalken hast mit Level 60. Riff Frank. Ja, Frank ist schon lange weg. Nach Frank hatten wir ja sehr lange Angmar. Riff schon der Schlichtheit. Schakal, Angel, Sakura, Hilda, Lara, die sind alle Low Level. Mal gucken. 29 easy. Keine 30er. Kai. Nee. Chase. Nee. Chase. Was geht hier ab? Sollen wir mal rasten? Nee. Höhle von Enoa Batale. Äh, komm ich hier wieder hoch? Ja. Ich dachte schon. Okay. Okay. Oh, untote. Oh shit, wie viele. Die Schädel sind noch da, oder? Ich seh so nett durch das ganze Leuchte-Dings. Ja, ich glaub die Feinden auch. Oh, Digga, wie riesig. What? Wie ist die Höhle hier? Ich so für 30. Oh, das ist ein Lisch. Oh, ich kann nicht speichern. Shit. Okay. Dann gibt's noch's Maul. Oh, nooo. Oh, wow, wow. Wie viel Lebensmarken waren es? Drei. Ich sch mein die Skeletons. Scheiß auf die. Ich will der Licht. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow. das war die kleinen teilweise da kommen sie dran an ihnen ja wie zu dir was ist damit in der suppe? wo ist er? da oben ich komm nicht ran Mann, wo ist denn jetzt schon wieder? auf die Seite gewechselt kann ich den legen? wow, das war viel Damage der teleportiert sich die ganze Zeit weg wow oh, er legt, er legt er macht da gerade seine Suppe Mann, shit oh, Blitzis ich kauf gar nichts mehr Teils wow, 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 wow dicker ich werd runtergekickt von allen möglichen Ecken wo ist er? oh, er legt oh, er legt deswegen hat er was gedroppt? jetzt sagt er Knochen komm hm ich geh hoch keine Suppe oh, oh, oh Gott what the fuck, ein Tornado in der Höhle, was? Bitch komm her oh, was macht der jetzt für Piu Piu Laser oh, er legt oh, raus, raus, raus raus oh, der ist zu langsam Kisi drückt mal ein Heel Kisi drückt mal ein Heel Heel, 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 Heel ich treffe ihn von hier, oder? yes schwarzer Kristall ok, bei den kleinen, auf geht's und? und? hallo? August Dalmatiker gleich mal Kisi gucken hm eine feinmaschige Robe, die von Anwendern starker Magie getragen wird die kunstvollen Siegel verleihen beim Zaubern einen schützenden Segen let's look uff wir wollen jetzt sowieso eine Robe für ihn holen oh, der hat 6er Klingen Widerstand ihr seht's gar nicht hier, der Schlag Widerstand auch hoch alles hoch pick take it siehst du ein bisschen cooler aus jetzt bisschen passend zur Krone, wa? ok hm hm was blubbert hier noch das ist eine Kiste boah, Entgiftungshut, sehr geil immer nötig hab ich gelernt hätte ich nie gedacht, dass ich die ganze Zeit brauche, aber ja ja sieht man dann außerdem diese roten Augen, wo du vorhin, oder damals meintest Ultima sehe ich die auch im Rift schon? wenn sie die Krankheit haben ist da noch irgendwas? ne ja? ok ok was ist denn hier links rum? nochmal einer zweiterlich ah, ne Kiste ah, ne Kiste, ok doch hier, was drin? Ring der Wahrnehmung save irgendwas für Bogies let me guess erhöht die Magie, ok dann Kisi ziehen die auf? warum kann ich anziehen? hab's denn den roten äh äh, Augen auch die Tage in der YouTube Short gesehen? heiligsblechle? ehrlich? ok, dann nix spoilern oder so, wenn ich's mal nachbekomme so heavy so Kisi Ring warum kann der den ausrüsten? hä? geben geht auch nicht man kann nix machen ist das grad so doof? wir können, hä? können nur wir beide links und rechts ausrüsten, oder wat? aber sonst wird er nicht rechts stehen, oder? ich entferne links rechts ok komisch mal buggy hu soll ich mal hier hoch oh ist schon wieder n nacht eh weil ich Bewegung war, aber das kann sein Das kann sein. So. Na. Digga, mir das jetzt anvisieren. Vom Lagerfeuer. Brennholz hinzufügen. Mit C. Noch mehr. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Chill, das ist einfach... Oh, lol. Ist ja auch so ein cooler Screen. Ey, vielleicht nutze ich das gerade mal, mache eine ganz kurze Pause. Gleich wieder da für YouTube. Tschüss. So, da sehen wir wieder. Noch einmal Brennholz. Aber warum kann ich jetzt nicht kochen, ey? Geht gar nicht an dem Ding, ne? Ist ja doof. Okay. Ich will außerdem, glaube ich, mal bei der Fertigkeiten... Ich mache mal wieder... Der Sturmschritt immer noch. Die zugeordnete Taste drücken. Erneut drücken, um weiter anzugreifen. Drücke die Tasten zum richtigen Zeitpunkt, um schneller zu schwingen. Ja, das kann man ja schon. Das ist aber das so normale, oder? Das ist wie wenn ich mal einen normalen Schwinger halt mache. Geht so. Äh, nee. Ich glaube, den ganz dicken. Der so mega viel Damage macht. Ich glaube, den mache ich nochmal rein. Und Katapultschleuder ist so, naja. Oh, Martin, hallo. Dankeschön für eure Bitties. Hallo, mein Lieber. Hobs geht gut, hi. Hallo, hallo. Wir können aber wieder an den Durchbruch und den Vorstoß machen. Machen, komm. Äh, wollen wir den Tauschen stehen. Den mache ich lieber auf Space. Und den wilden Hieb. Hier. Danke für eure Bitties. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Ja, weiß ich doch richtig. Good morning. All right. Hm. Ich muss beim nächsten Rift-Champ mal gucken, ob ich so jemand mit so roten Augen sehe. Das würde ich mal interessieren. So, Chimäre tot. Lass uns mal hier in der Ecke schliegen. Baumstumpf. Kiste. Ne, Schatz, drüber. Was ist das da vorne? Sieht aus wie so eine... Das Schwederlagerfeuer. Da vorne sieht aus wie so ein Gebäude, wie so ein Tempel. Da hinten auch. Da auch nochmal. All right. Let me see. Bin bald auf dem PC unterwegs. Oh, sehr schön. Finally. Viel Erfolg schon mal damit, ey. Oh. Hi, Freunde. Boah, die sind aber dicker, oder? Boah, okay. Boah, okay. Ja. Bitch. An den Baum. Ja, der war dick. Der hat mir Bock gemacht. Hm. Take this. So, der war dicker Urukais. All right. Geht ja nur wegen GTA, RP. Boah, ich glaube... GTA hätte ich nicht so viel Lust, aber ich will immer noch gerne nächstes Jahr, wenn ich die Machbarkeit hätte... Da muss man vielleicht Kisi ein bisschen Vitamin B geben. Äh, mal schauen, ob wir die Möglichkeit hätten, wie hieß es? Bei... Na. Ich verbringe damit ein. Wir haben ein ganz großes Event mitzumachen. Bei Rostalot. Würde ich gerne mitmachen. Glaub ich. 4, 5, 6 Tage oder so mit Kisi, Rostalot oder so, RP machen. Mit den ganz großen anderen Streamern. Gibt das für Big? Giftpfeile, wow. Digga, who cares. Rostalot. Muss mal gucken. Wie Rost das Game musst du eingeben. Rost und dann A-L-O-T. Rostalot. Und da sind ultra große Streamer drin, wie Maurice Weber, dann Chen Yan und was weiß ich denn alles. Und ja, das ist einfach so eine Mittelalter-Stadt, glaube ich. Rost, RP. Und egal, wo ich zugeschaut habe. Ich habe bei Schwabbeltown, so hieß er, zugeguckt und ich fand es so ultra witzig. Ultra. Ich habe so mitlachen müssen und so weiter. Und ich hätte da, glaube ich, richtig Bock drauf. Ich glaube, mit Kisi zusammen oder so, um so eine Geschichte zu haben. Würde wir mit in der Welt daran teilhaben. Und ich glaube, das wäre dann Rostalot 4 oder so. Das ist keine Ahnung. Meiner Wege soll er mein Vater sein. Und ich bin sein Sohn im Mann. Und er kann mich da wieder dumm beleidigen, wie immer, Kisi halt. Irgendwie sowas. I don't know. Bis wir sich eine Geschichte überlegen und halt da die ganze Zeit RP spielen. Da waren wir ja vorhin bei denen. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn? Ich laufe jetzt schon wieder zurück. Vor lauter labern. Ja, Doni kenne ich, glaube ich, auch. Das war ja die Schwester. Ups. Digga, es ist so viel Zeug hier zu tun. Ey, wir kommen halt nicht wirklich arg voran, ne? Überall ist wieder irgendwas. Dafür, dass Schwabbel es zum ersten Mal gespielt hat, hat er das richtig gut gemacht. Ja, mega. Ey, ich auch ohne Scheiß. Ich habe den die ganze Zeit geguckt und ich muss... Ich habe mir alle VODs von ihm durchgeguckt im Nachgang. Ich habe mich jeden Abend drauf gefreut, wenn er es gezockt hat. Die Dicken. Das war so witzig. Das hat er wirklich gut gemacht. Boah, das ist ein Leben gezogen. Den höchsten Rang in der Laufbahn erreicht. Habe ich gerade bekommen. Ich kriege wahrscheinlich keinen Laufbahn-Rang-Aufstieg. Jetzt rennt er weg, der Wolf. Wollen wir denn da hin? I don't know. Schon wieder ein Rift-Steini. Don ist, glaube ich, jetzt Königin und er aus, äh... Jaja, Don ist Königin. Das habe ich schon mitbekommen. Kann ich nicht aktivieren, weil der Wolf da ist, ne? Nein. Could you die, please? Danke. Yes. Level 10. So, ich will mal kurz reingehen, mal reingucken. Rift-Stein des Gipfels. Boah, Stufe 38. Buf. Sehen wir, wie rohne Augen? Boah, wir sehen eher aus Box. Auch big. Die hier Scarlet, Alter. Was hat ein R für eine heftige Rüstung. Makoto hat hier ähnliche Rüstung wie wir. Oh, den Zyklopenhändler haben wir auch schon mal gehabt. Was hat ein R für eine Waffe hier? Leo. Kostet 999. Ach, du Scheiße. Holy bitey face. Aber ich glaube, hier hat keiner rote Augen. Kamui sieht auch cool aus. Alright. Äh... Das war an dem Rift. Alter, wie big ist das denn, bitte? Äh, Stufe 32 ist halt nah. Boah, 700 Dinge auszugeben, ich weiß ja nicht. Wenn wir es in Stufe 38 zu haben... Nee. Dann wird man was soll mehr kosten. Ja, klar, weil der 67 ist, klar. Der wird wahrscheinlich 30.000 kosten. Hm, ich habe keine Ahnung, wo wir hinwollen. Zu den... Ach, zu den Türen wollte ich. Was auch immer das ist. Wird hier so viel unentdeckt lassen, sah ich jetzt schon. Da vorne wird schon wieder gefeiert mit dem Blitzschild. Ach, shit, ich hätte direkt am... Warte mal. Das ist ein Lager vorher gerade gewesen. Hier. Wir machen Kisi den Blitz... Ding weg, ey. Das käme halt so Suchspotenzial. Ja, mega. Also... Ultra, ultra, ultra. Äh... Fertigkeiten ausstatten ohne Lager. Kisi. Nee, des Feuers. Ich habe Näh des Eises. Machen wir wieder rein. Ich habe Blitzregen. Ah, die Feuerspunst hat er auch drin. Shit. Okay, dann müssen wir erst mal was lernen. Okay. Soll er bald auch ein Update geben, wo man dann auch regulär Speicherstände erstellen kann. Das heißt, man kann einen neuen Charakter machen. Äh... Ein Drache. Ist es der von vorhin? Scheiße, ich kann ja den Speicher, ne? Hm. Könnte er sein. Der war auch so dunkel. Ach. Da drüben noch. Okay. Der fightet auch schon. Ich kann Speicher, nice. Let's fucking go. Okay, fightet nicht mehr. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ich ramme ihn direkt in den Kolben in den Arsch. Shit. Okay, doch nicht. Das ist ein Nisch. Das ist ein anderer. Oh oh. Oh oh. Kisi heal. Okay. Äh, vielleicht auch wieder draufklettern. Oh 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 oh. Ich komm nicht ran. Yo. Oh. Au. Oh. Die heal. Kisi heal. Oh, ich bin dead. Ne. Ich leb noch. Ich hab mich grad mit dem Heilsrank gerettet. Der hat zu viel Lebensbalken. Oh, der frisst grad Kisi. Oh oh. Was macht der mit dem? Der saugt den aus. Kisi, komm her. Oh, die Blitze. Ich bin dead. Okay. Ne, der ist immer noch zu big. Ne, wir machen geiler Zustand. Hallo, Neosabs. Hab mal ne kurze Frage. Wenn ich im Verzweifel weiß jemand, woher man trügerische Flügel bekommt. Trügerische Flügel? Wir haben glaub ich gar keine trügerischen Flügel, oder? Haben wir irgendwo mal sowas gelootet? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Wenn ich die Antwort hätte, würde ich sie geben. Ah, Ultima hat die Antwort. Siehst du mal. Neo. Oh shit, wir sind direkt... Uh, wir sind direkt schon im Fight. Oh no. Ja, okay. Einmal vorüber noch. Ich versuche ihn einfach nochmal zu reiten. Oh shit. Land mal. Warum hat der jetzt Fokus wieder auf mich? Wer wirft den Stein. Lol, das Feuer gegen Wasser ist ja cool, dass es nicht funktioniert. Auch geil gemacht. Big. Big. Land doch mal. Ich nehm den Stein. Warte mal, ich schmeiß ihn ab. Ich treff nicht. Ne. Au. Lindbom-Kristall. Au. 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 Er frisst schon wieder Kisi. Uh, halt dich fest. Ah shit. Ah shit. Oh man. Ich kann mich ja richtig festhalten an ihm. Au. Au. Und man hat nicht mehr Damage. Ich bin dead. Brutal. Holy fucking moly. Na, ich kann nur drücken. Ich kann nur drücken, jetzt. Mega heavy. Dankeschön nochmal für die 50 Biddies. Dankeschön, Dankeschön. Guck mal, wir sind ja schon über, also schon über 30. Ich dachte schon langsam, dass wir da wenigstens mal was machen könnten. Erst recht, wir haben ja ganz am Anfang sogar schon mal Drachen entdeckt. Ich hab nicht gedacht, oh oh. Warte, ich will sein Kristall und dann rennen wir. Let's go. Wir folgen. Wir rennen einfach hier durch jetzt. Nein, Kisi. Kisi, komm. Und die dröhnen noch mit dem Horn. Au. Jetzt kommen die auch noch. Shit. Ich glaube, wir waren schon länger nicht mehr hier kriegermäßig unterwegs oder die Skills gucken. Du meinst die regulären. Der Krieger ist ja zweihand. Boah, was will sie denn jetzt noch? Eine Nebenquest. Digga, da kommt ein Drache. Hör auf zu rufen. Kill ihn. Der Drache hat Angst vor der Bettlerin, ja. Wir haben alle getötet, glaube ich. Oder? Ah, ne. Komm da dran. Jetzt. Yay. Gäb uns 1500 Gold. Kein Problem. Beralta. 2000 Gold. Dankeschön. Es gibt so viel zu entdecken, Digga. Ich will überall hochklettern, überall gucken und Kisten machen, aber... Da oben ist schon wieder... Da feiertet jemand. Da ist auch eine Kiste. Digga, wie weit ist denn die City weg? Boah, Brudi. Aber wir müssen halt den Weg auch gehen, ne? Ich glaube, hier ist kein Weg. Boah. Digga, was geht denn hier ab? Überall. Hallo, Burak. Also, wir haben so viel hier noch zu entdecken. Also, ich bin ja noch lang nicht fertig, ey. Ist das richtig richtig? Warte mal, ich müsste da gucken, wo ist man... Ja. Hier in den Lacken. Ich versuche jetzt mal straight zu gehen. Relativ. Das ist schon wieder ein Lagerfeuer, oder? Ja. Wir müssen alles wahrscheinlich irgendwann nochmal abrennen. Also, zu Recht, ja. Ihr seid böse, ne? Jörp. Au. Mann. Die H4, was will denn die jetzt? Gib mir ein Heal. Komm mal, er. Jetzt kommt er auch noch dazu. Was ist mit dir? Ah, der ist friendly, oder? Ja. Oh, wow. Sorry, Bro. Digga, jetzt ist hier auch nur eine Höhle überall. Es gibt so viel zu tun. Ich habe schon wieder vergessen, ob ich gerade richtig laufe. Bisschen ernst soweit. Den dicken Weg zurück. Hier. Am einfachsten ist es einfach, dem großen, dicken zu folgen. Okay. Ich dachte gerade, dann leuchtet es. Will ich den Stein rollen? Äh, Monsieur, was hängen Sie da bitte an der Wand? Ich sehe dich doch. Guck dir mal ihn an. Komm her, bitch. Lieber mein. Oh, er wird wütend. Der Sticker will der Hieb. Der bringt ihn halt direkt ins Taumel, ne? Auf den Schädel. Oh. Oh, die Kleinen. Hört auf, nicht zu treten. Lass Asura in Ruhe. Yes, of course. I see it now. Der hat getroffen. Aber der hier. Ja, weil er taumelt. Was ein Kinnhaken, ey. Jetzt. Wilder Hieb. Bitch. Nochmal taumeln. Jetzt leg ich ihn hin. Er legt sich nicht hin. Meine Ausdauer. Legt sich nicht. Der Press verseuchte. Nicht abhauen. Halbes Leben. Boah. Halbes Leben. Und letzter Hintergrund. Yes. Yes. Monster Fell Nice Da vorne wieder die Dinger Wir wollen dem dicken Weg folgen Es gibt so viel zu sehen Please this way Können wir den Heel gebrauchen, sehe ich Boah, das sieht aber auch wieder mächtig aus, ne? Wie findet ihr so die Gegend, Chat? Die neue hier Ist das Setting so für euch? Das ist ein Panda Digga, bist du ein Panda? Das ist ein Panda Olivia Alles klar Bist keine Olivia Cool gemacht Sieht nice aus, wie eigentlich die ganze Welt Ja Was ist da oben in der City? Ich lauf grad rückwärts Warum sagt denn keiner was? Ich denk grad, warum ist es grad schon entdeckt, was ich da seh' So was passiert mir eigentlich selten So was passiert mir eigentlich selten Ja komm Hi Willst aufgespießt werden? Was Oh Der hat überlebt Die Wand hat er nicht getriggert Der springt mehr weg, oder? Ne Bitch Ach du bist schon dead, okay Äh Harpien Kein Bock Ach hier sind wir Ich bin ja komplett falsch gelaufen, was mach ich denn? Auf Auf Einmal rasten Auf ganz schnell Elitär bitte Kann man jetzt wenigstens wieder ein Steak Warum kann ich kein Steak mehr machen? Warum geht das nicht mehr? Können wir uns setzen? Ein Holz? Ne Hä? Wo ist unser Kochtopf hin? Warum kann ich keine Steaks mehr braten? Wähle ich die ganze Zeit das Falsche aus, das Elitäre? Das ist deswegen Okay, wir haben Randors Aufgabe schon fertig Was geht da vorne? Irgendein Schwuck gefaltet Vielleicht beschädigt oder so? Hm Maybe Was sind das denn für Bitchfights hier? Boah, die leiden aber aufliegen Ach von dir Ey Nicht ausweichen 300 Gold Boah Digga, was geht denn hier in Auf Bitte was Ganz weiter hinten sehe ich irgendeine dicke Ruine Ja Bist er hoch? Mann Ich hab ja keinen Aussichtspunkten kleinen Zu sehen was hier abgeht Na Bist er hoch? Ne no way Digga, was ist denn jetzt hier noch Neues? Ist das für ein riesiger Torbogen da hinten? Die City ist in der Richtung Ist es die da hinten? No way, oder? Was könnte sie vielleicht sogar sein? Das ist aber ein sehr langer Weg Alter, wie viel wir gebraucht haben, ne? Wir sind von hier Die Strecke abgelaufen Das hier In knapp drei Stunden Das hier Crank Stell dir vor, du musst mal ganz kurz von hier einfach wieder eine Quest nehmen und einfach wieder zurücklaufen in Europe Ohne Reisestein Ja moin Ähhhh Das geht nicht schon wieder ab Da ist ein Goldkäfer I see Moment Ja Ah jetzt Ich sehe was hier abgeht Ja Hast du Glück gehabt, ne? Festexe Was ist drin? Ach natürlich ist hier eine dicke Höhle oder was? Hey Hey Freunde Wie viele? Oh, oh Au, au, au Nein, ich krieg mein Komponett hin Nee Nein, ich krieg's Treffst du nicht Jetzt Jetzt Ich höre wieder Gift an uns ey Das wird eigentlich gegen healen oder? Gar keine langen Fats Warum will ich jetzt hier hin? Nur wegen den Echsen? Ah Wegen dir Ah Ah Now here's a surprise A splendid discovery Interessant Hab ich das vergessen? Nee Der Render hat deinen Meister, weil ich anscheinend gar nicht mal so viel, ne? Wenn er hier war Aber vielleicht war er ja noch gar nicht hier That's why Jetzt kommen ja gleich wieder Pesttypen, ne? Ne, die sind weg Ich will ja noch hoch auf die Kuppel gehen Will wissen, was da abgeht Die Die Bali-Seilbahnstation Die Bali-Seilbahnstation Oh Komm mal runter Boah, wieviel lebernt der? Boah, wieviel lebernt der? 800 Gold sogar Wird wieder ein Lager, ne? Digga, was geht denn hier für Fights überall ab? Ach, das war eine Ziege Upsi, sorry, wollte ich nicht stressen So, Finishing Got it Oh, 31 sogar Ich lauf grad schon wieder von der großen Straße weg Schon wieder ein Lagerfeuer Da gehen wir jetzt noch hin Willst du mal ganz kurz testen, ob du... Was sag ich denn jetzt schon wieder? Oh Komm mal zu mir Warum leuchtet's hier so? Da geht's schon wieder... Irgendwie schon wieder in der Höhle Eremi... Eremitisches Heiligtum Mann Ich will's wissen Äh, wow Sag mal, geht's noch? Kann's vorher klingeln? Äh, was kommt da raus? Was kommt da raus? Freunde Wir sind die Wand Da ist mal ein Mensch drin Au So Ciao Ich wollte eigentlich nur Zündelagerfeuer da Ja In den Ruinen da vorne hockt doch safe auch wieder ein Drache oder so Das war schon... Bitte was? Was bist du? Ich seh dich nicht In Zyklop Komm her Zwei Lebensbalken Jawoll Leg dich stärkt hin Guck mal wie der hängt Hier, take dis Boah Er kommt nicht mal wegen dem Baum hoch Good night, sleep well Macht er immer Damage? Okay, mach ich halt den Finisher Okay Ich komm jetzt noch Wölfe Flieg Wolf Weeeee Got it? Ach, Rando wird gefressen vom Wolf Oh, sorry Jetzt hat er ihn Nein, ich will seine dicke Keule Oh, wir können die rumschieben Wo? Oh Hallo Oh Mann Jetzt bleibt doch mal da Ah Ja, mach mal Rando Halt den einfach noch fest Digga, da kommen ja noch mehr Au! Ich bin da so ein Urukai, ey, geh mal weg Oh, wow Oh Ruhig bleiben Wow Willst du herkommen? Drei, zwei, eins Shit Kisi ist tot Ich wollte hier nur ans Lagerfeuer Was passiert? Selbst Rando ist jetzt Down Nein, ich treffe die Kombo nicht Wegen der Zeitlupe ab und zu treffe ich die nicht Jetzt Gut 500 Gold Haben wir es jetzt? Da rutscht noch ein Wolf runter, ruh Kann ich ihn runter schieben? Ne, nur besteigen So, jetzt testen wir nochmal Lagerausstattung mit Grasmuster Ähm Da ist ja kein Unterschied Außer die Kilogramm-Anzeige Wenn ich mit der Elitäre drin Äh Wait Oh, das wäre der Kochtopf, siehste Okay Take that Okay, mit der Elitären kriegst du einfach keinen Kochtopf Sehr weird Aber dafür kannst du dann rumchillen Ne, wir werden es ja zweimal, Wali Bei der kannst du jetzt kein Feuerholz hinzufügen Ah, doch Komisch Ganz komisch So Alright Dann machen wir hier mal ein Saferly Speichern und zum Titelbildschirm Ich sag schon mal Dankeschön für YouTube Bis zur nächsten Folge, tschüss 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 Tschüss